Und wir sind schon im letzten Teil, der letzte Teil von Dragonia Königreiche, weil es sind nur noch 23 Stunden, das heißt es kommt kein neues Schiff mehr für neue Kisten. Und wenn die Kisten jetzt offen sind, dann sind sie offen und dann ist es rum. Also was haben wir denn? Zwei Pilze geben wir her, die Holunderdinger geben wir auch her, die drei Blumen auch und eins von den Bäumchen gebe ich auch her, das macht nix. Ja, hier sehen wir, sehen wir, hier stehen wir ähnlich gut wie gestern, keine Chance, keine Chance, nichts davon kann ich mit 14 anschleppen. Also ich könnte das Bäumchen, wir können es mir eben aufrufen hier, das kleine, wo ist es denn? Ist es aus der Reihe? Ja, ich könnte den kleinen Grimmbaum natürlich produzieren, das ist machbar, weil ich kann ja hier ganz doll immer rauswerfen. Aber das dauert dann schlussendlich halt trotzdem ein bisschen, bis da was zustande kommt. Vielleicht mache ich das nebenher, ja. Aber das wird nicht mehr reichen, denke ich, um da jetzt auf die Schnelle was zusammenzubringen. Zumindest nicht mehr heute Abend. Also, ja, muss ich mir überlegen. Falls es wirklich, also falls es noch was wird, aber bis ich da 14, also ne, hab ich echt keine Muße mehr zu, das schaffe ich nicht. Und morgen bin ich unterwegs und dann geht's wahrscheinlich auch nicht. Also wieder erwarten, wenn was sein sollte, kriegt das natürlich mit, aber ich fürchte, nein. Wir packen mal die zwei Kisten aus und dann schauen wir, wie weit wir hier noch kommen, ob wir da noch irgendwas machen können oder nicht. Ich tendiere zu, oder nicht? So, die machen wir, da, da. Okay, dann haben wir hier wieder ein Fünfer fertig. Mal die ein bisschen auseinander schieben, dass ich da nicht immer irgendwo daneben tippe. So, dann nochmal von diesem, also diese Fiolen, ne, das ist einfach, das ist so viel zu viel. Und noch ne Runde. Okay. Das packen wir mal da hin und das da hin. Ähm, dann machen wir die auf. Oh mein Gott. Es könnte hier auch einfach mal, also, wisst ihr, es kommt ja immer nur Level 1 raus. Ja, es sind die kleineren Kisten und bla, aber wäre es nicht schön, wenn einfach mal Level 2 kommen würde? Dass man wenigstens die Chance hat, irgendwas zu erreichen? Ich fände das schon gut. Okay, die zwei Hütten fertig. Oh Gott, ich verschiebe mich gerade schon wieder. Und, äh, also, es ist so voll, ich muss aufräumen. Aber ich habe gerade gesehen, von den Schmuckhütten haben wir jetzt auch wieder 5. Dann können wir die auch noch zusammenbringen. Machen wir das. Äh, da mache ich mal schnell die 5. Dann machen wir die weiter. Toto, toto, toto. Und jetzt haben wir tatsächlich Stufe 2, 5 Stück. Okay, dann können wir Stufe 3 machen, aber es reicht nicht, um Stufe 4 zu machen, weil da fehlt mir einfach noch einer. Ich mache auf jeden Fall 2 Stufe 4, wenn es dann soweit ist. Also, 3er-Merches gehen nicht mehr. Bei aller Liebe kann ich nicht mehr machen. Also, kann ich, will ich nicht. So, die immer noch wegmachen. Also, ja, die... Kann ich Geister verkaufen? Nee, schade. Wenn ich sie wenigstens verkaufen könnte, die kurbischen Dinger. Aber nein, ich mülle mir hier einfach alles zu mit diesen... Mit diesen Fiolen. Das macht gar keinen Sinn. Und irgendwann kommt vielleicht der Tag X, an dem ich sie brauche. Oder auch nicht. Ähm, die nach da hinten hin. Ja, wir können nichts machen. Wir kommen nicht weiter. Also, wir müssen wirklich wieder warten, bis der nächste Durchgang kommt. Und dann schauen. Und ich glaube auch, dass mich eine weitere Kiste nicht unbedingt gerettet hätte. Weil, wohin soll ich kommen mit einer weiteren Kiste? Ich kriege von den Töpferei-Häusern, kriege ich mit Sicherheit keine fünf zusammen. Nee. Also, das Maximale, was noch sein könnte, wäre, dass wir von den Gewürz-Pavillons hier nochmal einen zusammen bekommen. Indem wir hier nochmal fünf von der Stufe 1 bekommen. Aber, dann hätten wir trotzdem nur viermal Stufe 3. Das heißt, auch da könnte ich noch kein Stufe 4 machen. Und könnte auch das immer noch nicht bedienen hier drüben, weil er will halt Stufe 4 haben. Also, keine Chance. Keine Chance. Also, kurzer Abstecher hier rein. Abstecher. Wie das wieder klingt. Ähm. Und das war's. Und ich arbeite weiter fleißig am Edelstein-Farm. Und, ja, ich schau mal. Also, sobald ich zehn, ähm, zehn Sterne zusammen hab, mach ich das finale Video. Und dann kommt's auch online. Genau. Euch einen schönen Abend. Und morgen hoffentlich schönes Wetter. Das Wochenende naht. Bye, bye.